Klappt das gut jetzt? Jetzt muss er selber pusten. Ja, das war schwer, der Ernst. Das ist ja nicht so toll. Macht Mama das, wenn sie dich füttert? Wohl nicht, wa? Nein. Ein Latz. Okay, du hast recht, ich habe den Latz vergessen. Ja. Ja. Soll ich mal ein Latzchen für die holen? Eigene. Ja. Dann gehe ich mal und hole die mal. Ja. Ja.